Meine neue PS5 ist direkt nach dem Kaufen kaputt gegangen, aber erst mal von vorne. Ich habe mir endlich eine PS5 gekauft und die gehen wir jetzt abholen. Ich habe mich echt lange dagegen gewehrt, die zu kaufen. Aber jetzt, wo es bei FC24 endlich Frauen bei Ultimate Team gibt, muss ich die einfach holen. Ich bin echt mega gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe mir die PS5 direkt als Bundle mit FC24 geholt. Sauschwer. Wir müssen eine Pause machen. Aber was für Spiele brauche ich noch? Ich kenne mich nämlich leider nicht so gut aus ansonsten. Der Griff hat sich einfach so in meine Finger eingeschnitten. Und dann ist das passiert. Es ist gerade fast auf die Straße gefallen. Der Griff ist einfach abgerissen und meine neue PS5 fast auf die Straße gefallen. Das war auf jeden Fall ein Schock. Geht's euch das jetzt tragen? Und da muss ich die richtig gut ertragen. Weiter geht's. Wir geben nicht auf. Seid ihr eigentlich Team Playstation oder Team Xbox? Da ist mir natürlich auch noch mein Schlüssel auf den Boden gefallen. War gar nicht so leicht, die wieder aufzuheben. Und die PS5 in einer Hand zu tragen, auch nicht, wie man sieht. Ich habe die dann direkt ins Wohnzimmer gebracht, damit sie mir nicht nochmal aus der Hand fällt. So unfähig, wie ich heute bin. Jetzt gehen wir erstmal zum Kuchen aus. Man muss halt einfach Prioritäten setzen.